Hallo und herzlich willkommen bei AlexTV. Mein Name ist Fabian Angerstein und heute sind wir bei Alex Reiseservice im Backoffice. Zu meiner Rechten sehen Sie unser Head of Backoffice, Irina Wolf. Hier im Backoffice werden alle ihre Buchungen weitergegeben und hier werden die Informationen an unsere Partner in Russland vor Ort durchgegeben. Hier wird dann die Hotelleinbuchung geschehen sowie ihre Flüge werden hier ausgestellt und eingebucht. Auch findet hier die Organisation der Ausflugsprogramme statt, an denen Sie sich natürlich gerne beteiligen dürfen. Auch weitere Wünsche wie beispielsweise zu den Zimmern oder fürs Essen, wenn Sie irgendwelche Unverträglichkeiten haben, können wir hier an unsere Partner direkt mitteilen, so dass wir für Sie die angenehme Reise gestalten können. Auch Theaterkarten oder Konzertkarten werden hier eingebucht und für Sie organisiert. Unser Backoffice ist natürlich auch unsere Schnittstelle zwischen unseren Partnern vor Ort in Russland und unserem Reiseservice hier in Hamburg. Daher werden hier die ganzen Kommunikationen geführt. Bei etlichen Fragen vor Ort können Sie uns auch zur Not über unsere Partneragentur hier im Backoffice erreichen. Hier werden all Ihre Wünsche erfüllt und damit verabschiede ich Sie in ein angenehmes Wochenende und begrüße Sie ganz herzlich nächste Woche Montag zu AlexTV. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Fabian Angerstein.